Vielen, vielen Dank für diese krasse Saison. Nächstes Jahr gerne nochmal. Und ein Moinsen zum letzten Nachbericht für diese Saison. Wir beenden die Saison mit einer Heimpleite gegen Arminia Bielefeld. Die zwei Highlights des Spiels bei der Tore von Bielefeld. 66. 0 zu 1 Fabian Klos, Foul-Elfmeter und 72. Endstand 0 zu 2 Rizu Doan. Wir starten die Spielanalyse wie immer mit Startelf-Tipp. 9 von 11 müssten diesmal gewesen sein. Erste Halbzeit war recht ausgeglichen. Pfostenschuss bei Bielefeld, bei uns das Abseits-Tor. Die zweite Halbzeit war dann, wie soll man es formulieren, noch schlechter. Keine Ahnung, es war schon ein Spiel, wo man gesehen hat, dass die Luft raus war. Es war wirklich leider ähnlich wie Darmstadt, wo man, ja, der Aufstieg war schon klar und man hat das Spiel einfach so ein bisschen gespielt, damit es halt fertig ist. So ein bisschen abgeschenkt, wenn man es so sagen kann. Da auch Gladbach recht schnell, recht hoch geführt hat, in Bremen gewonnen hat, war das Platz 7 eh nicht drin, war dann am Ende des Tages auch im Stream, ja, die Hauptbeschäftigung auf die anderen Ergebnisse zu schauen, weil es einfach viel interessanter war, logischerweise. Und das natürlich auch spätestens nach dem 0 zu 2 innerhalb von 6 Minuten. Foul-Elfmeter Klos, ja, einfach doof verursacht von Armada. Wird er daraus lernen, der wird sich dann auch bessern müssen in solchen Aktionen. 72. macht dann Doan durch, ja, nettes Solo, das 2 zu 0. Damit, das ist auch ein Argument für Bielefeld, deswegen sind sie drin geblieben, haben die uns, ihren Mitaufsteiger in der Saison insgesamt quasi mit 0 zu 5 besiegt. Ja, am Ende bleiben beide drin, auch ein Sieg hätte nichts gebracht. Wie gesagt, in Richtung Platz 7 hätte nichts mehr funktioniert. Trotzdem irgendwie, ja, geht man so, ich zumindest, leicht genervt so ein bisschen aus dem Spiel raus. Es tut dieser wahnsinnigen Saison absolut nicht weh. Verstehe mich nicht falsch, die ist und bleibt grandios gut. Aber es ist halt, keine Ahnung, der Ausklang der Saison ist halt irgendwie ein bisschen ungeil, weil es doch schon irgendwie unnötig ist, dein letztes Heimspiel noch so zu verlieren auf die Art und Weise. Damit schließen wir die erste Saison nach dem Aufstieg auf einem grandiosen, einstelligen Platz 9 ab. Bielefeld bleibt auch drin, auch Aufstiegssaison natürlich, bleibt der Bundesliga auf Platz 15 erhalten. Auch sehr schön. Und die Entscheidungen, auf die wir geschaut haben, natürlich auch noch dazu. Union holt sich in letzter Minute noch den siebten Platz vor. Gladbach spielt Conference League, Köln holt kurz vor Schluss die Relegation noch mit dem 1-0 gegen Schalke. Und neben Schalke eben steigt mit Bremer ein weiterer großer Reaktionsverein der Bundesliga tatsächlich in die zweite Liga direkt ab. In den anderen Tabellen quasi gehen wir auch nochmal durch. Wir holen den zwölften Platz in der Heimtabelle und einen sensationellen fünften Platz in der Auswärtstabelle. Heimtabelle ist Platz 10, Rückrundentabelle ist Platz 8. Und für das Man of the Matchboarding dürft ihr natürlich sehr gerne wieder abstimmen im Community-Tab. Eigene Meinungen und eigene Vorschläge auch da gerne wieder reinhauen. Ja, fällt mir in dem Spiel ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil ja, irgendwann war halt der Fokus weg, bin ich ganz ehrlich. Vor allem im Stream hat man eher auf die andere Ergebnisse geschaut. Wie gesagt, das Spiel war ja auch nichts Besonderes mehr, vor allem nach 0-2 war es eh quasi vorbei. Ist jetzt zwar deswegen so ein bisschen whack, bin ich ehrlich, aber dann mache ich halt einfach, ja, Sympathiespielereien, die ich aufstelle. Letztes VfB-Spiel hat Castro beschritten für den Verein, genau das gleiche auch bei Kaminski. Die beiden bekommen ihre Plätze und auch wenn ich es nicht will, es zeigt sich doch so halbwegs ab. Zumindest das Gerücht wird immer enger, dass es auch das letzte VfB-Spiel für Kobel hatte sein können gestern. Deswegen bekommt er da auch seinen Platz und komm, scheiß drauf, Special-Platz Nummer 4, den ich manchmal vergebe, kriegt der Ehremann Hamadi Al-Gaidoui. Wurde ja auch eingewechselt noch, deswegen ihr merkt es, hier sehr gerne eure eigenen Vorschläge reinhauen. Ja, weil ich einfach so ein bisschen lost bin in diesem Man-of-the-Match-Voting. Gerne, gerne eure eigenen, vielleicht auch sportlichen Meinungen zu Spielern reinhauen für dieses Man-of-the-Match-Voting. Und zum Schluss die Tweets of the Match. Tweet Nummer 1 ist vom VfB, auch vor leeren Rängen, nie allein. Danke VfB-Fans, wir freuen uns auf euch 2021, 2022. Ja, geht zurück. Ich glaube, wir hatten eine Saison, die man einfach so dermaßen genießen konnte, wie schon lange nicht mehr, wie man es auch nicht erwartet hätte, vor dem Anfang dieser Bundesliga-Saison und auch zu dem Thema auf den Rängen. Ich bin schon recht positiv, dass man nächste Saison wieder einige Spiele mit Zuschauern feiern kann. Da kann man uns natürlich auch alle drauf freuen. Und jetzt alle VfB-Fans, ja, auch du da hinten, die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1 im Land sind wir. Da habe ich auf dem Thumbnail hier draufgeklebt auf das Ding, wir sind Nummer 1 im Ländle. Neunter Platz sind wir Freiburg, 10. Hoffenheim, 11. Tatsächlich um ein Tor im Torverhältnis besser, deswegen sind wir neunter vor Freiburg. Also nehmen wir die Krönung am Ende der Saison natürlich auch noch sehr gerne mit. Und auch der letzte Tweet nochmal, Platz 9, ein Traum. Ich bin so stolz auf meinen Klub. War mir noch wichtig, das mit reinzunehmen. Ich meine, ich sage es oft genug, wie geil die Saison war. Ich hoffe nur, dass jetzt durch, keine Ahnung, den Stream, dieses leichte Genervtsein von Bielefeldspielters irgendwie bei mir nicht rüberkommt, als wäre ich davon genervt. Nein, die Saison war unfassbar geil. Wie gesagt, ich habe hier schon tausendmal die Lobhymnen rausgeballert. Vielen, vielen Dank für diese krasse Saison. Nächstes Jahr gerne nochmal. Und damit war es auch schon von den Nachberichten von dieser Saison. Letzter Spieltag ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen, nicht nur für dieses Video, sondern für alles, was wir während der Saison gemacht haben. Macht euch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.